Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.